Ach, ich bin zu spät. Da trinkt der nämlich schon wieder da draus. Im Badezimmer steht zu trinken, in der Küche steht zu trinken, selbst dort steht zu trinken, im Hühnerstall statt zu trinken, ist jemand vorbeigegangen. Ja, da muss man natürlich Theater machen. Ist ja auch ganz schlimm, wenn da jemand vorbeigeht. Ja, Stelli, komm fein wieder, ne? Oh, die ist immer noch so schön, ich kann das gar nicht glauben. Mitte November, das muss man sich mal wegdrücken. Irre. Äh, vom Winde verweht, geht ja gar nicht. Nicht Nudli? Ach, da ist auch die Büppi. Hä? Ich muss gucken, dass ich Dagi reinkriege, ne? Auch noch so schön. Ne? Dagi, der Sack, der sitzt wieder am Küchenfenster und will rein. Und Betty Blue, Betty Blue blockiert natürlich. Zu viele Bs, geht nicht. Na, Simbi? Du und deine Pappe da, ne? Ich wollte eigentlich zum Ofen anfeuern mal nehmen, aber ja. Ne? Katzen und Pappe, die muss nicht schön sein, die muss nur da sein. Moin, moin, meine Freunde. Hä? Die jagst du auch ab und zu mal gerne, nicht? Schnucki, schnucki, schnucki. Bibi, bibi, bibi. Hä? Alles geht so langsam auf den Ritt. Mal die jungen Wilden zurückrufen da hinten. Los, ihr Kallischnautze, Stella! Zurück! Bevor die da stiften gehen.